Wir haben heute hier unser Biotopia Festival, ein zweitägiges Festival rund um das Thema Sinne, wo die Menschen sich anschauen können, wie sinnliche Wahrnehmung bei Menschen und auch bei den Tieren oder sogar bei Pflanzen funktioniert. Man hat die Chance mitzumachen, zu experimentieren. Dafür sind viele Wissenschaftler hier in Schloss Nymphenburg und auch drüben im Botanischen Garten. Hier können wir Menschen über Generationen engagieren, um mit allen anderen lebenden Beinen und Systemen zusammenzuhalten. Das Biotopia Sense Festival ist ein fantastisches Geheimnis von Ideen, damit alle überrascht und inspiriert werden können. Das Festival ist ein Festival für junge und alte, aber ganz besonders für Kinder. Wir empfehlen es auf jeden Fall weiter. Da kann man richtig viel lernen. Wir haben auch so Gerüche gemischt, so Waldgerüche, Meergerüche. Und Vulkan. Ich sehe die ganzen Kinder, wie begeistert sie sind und auch die Erwachsenen, die auch wieder so ein bisschen zum Kind werden, habe ich so das Gefühl. Es ist super, weil man viel ausprobieren kann, selbst mit eigenen Händen die Sachen machen darf. Highlights, glaube ich, sind die Wissenschaft zum Anfassen mit unseren Partnern, zum Beispiel von den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen, von der Helmholtz-Gemeinschaft, von der Max-Planck-Gesellschaft. Was speziell interessant war, waren die verschiedenen Augen, um zu sehen, wie schauen denn Tiere. Viele Performances ja auch noch. Wir gehen jetzt gleich ins Kindertheater. So vielfältig, überall kann man was Neues entdecken. Ist super. Und ich bin schon gespannt, wenn jetzt Biotopia dann hoffentlich bald ganz da ist. Ein ganz besonderes Highlight, denke ich, ist der neuronale Synthesizer mit einer Opernsängerin. Ein ganz besonderes Highlight, das man wirklich auch nur bei uns sehen kann. Für uns ist es einfach sehr schön, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und die Kinder sind einfach total begeistert. Das macht einfach total Spaß. Es ist eine super Veranstaltung, viele Menschen, also sehr, sehr toll. Ich finde es toll. Es war sehr interessant, ja. Das Festival ist wirklich ein kleiner Vorgeschmack, von was man zu erwarten hat im neuen Museum Biotopia. Wenn die Menschen begeistert von Wissenschaft nach Hause gehen, dann haben wir eigentlich unser Ziel erreicht.